Hallöchen Freunde bei den CrazyMovieCats, ja, ich seh aus wie Arsch, nützt alles nix. Ich hab was bestellt und das wird auch noch Zeit, denn ich habe eine Sache bestellt. Einmal das hier von der Post und einmal das hier von dem komischen Zeug da. Wir packen das jetzt mal aus, zusammen, oder? Was sagt ihr? Hallo Freunde. Ja, sehr schlau, aber ich muss das so auspacken. Ah, da ist ja schon mal was. Ja, guck mal hier. Eine Handyhülle und wozu braucht man das? Für ein neues Handy. Aber es sieht doch ganz nett aus, oder? Ich stehe ja so auf die braune Lederoptik, nicht aufs braune. Ich stehe ja so auf braun, hört sich gut an, ne? Aber ja, 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 da passt das Handy bestimmt rein. Ich freue mich, ich habe wenigstens eine Handyhülle, dann schmeiße ich mein neues Handy wenigstens nicht. Kaputt. So ein USB-Charger. Toll. Musste ich extra bestellen, weil es im Lieferumfang nicht dabei ist. So, dann packe ich das mal aus hier. Ich habe mir nämlich ein Handy bestellt. Tata, ich habe es ausgepackt gekriegt. Ich habe das Google Pixel 6a bestellt. Ist zwar älter, ich wollte nicht das neueste, weil das wird ja zu teuer. Und ja, so sieht die Verpackung aus. Und hier ist so ein Ding zum Abreißen. Und ähm, hier zum Abreißen. Und ähm, dann machen wir das so auf. So, ich habe das Grüne genommen. Ja. Und wie Sie sehen, sehen Sie nix. Hier diesen, dieses Ladekabel und dieser irgendwie, habe ich gehört, bei den YouTubern einigen, die das auch bestellt hatten. Äh, das ist irgendwie so ein, äh, damit man seine Daten auf das Handy übertragen kann. So. Okay. So sieht's aus. Ähm. Und so sieht's aus. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ähm, im normalen Smartphone, ne? Und ähm. Da sind die Kameras und äh. Ich glaube, das gab es so in schwarz und in äh, grau. Beige. Keine Ahnung. Ich mache das mal. Geht das an? Nö. Mit Sicherheit nicht. Hier sind die Anschlüsse. Und. Wo ist denn der Stecker hier? Wo man das? Ach, da. Hoffentlich kriege ich das auch alles, äh, ne? Gebacken. So wie das sein soll. Ich lege das nochmal da raus. So. Pack das nochmal nett ein. Weil das mache ich alles erstmal am Wochenende. Äh. Extra eine Hülle dafür, für das Google Pixel SA6, äh, 6A, äh, ne? Handyhülle. Und das Handy. Und den Charger dazu. Weil, ne? Man ja immer extra noch was bestellen muss. Und dann ist es natürlich noch teurer. Aber egal. So. Jetzt packe ich den Müll erstmal weg. Und. Jetzt ist es dann in Ruhe. Mich am Wochenende damit beschäftigen, weil ich meine alte Schrottkiste noch habe. Und, äh, die funktioniert ja noch, obwohl das Glas vorne kaputt ist. Aber das ist mir egal. Und solange das noch funktioniert, ist es ja okay. Ich wollte mir ja jetzt ganz kaufen. Aber ich hab gedacht, na, es muss man sein. So. 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 Also. Bis zum nächsten Mal, ne? Wenn es wieder heiß geht, oder schlecht, meine Haltung. Eure Crazy Movie Cat Tante. Bis zum nächsten Mal.